Den folgenden Überblick über die Wohnanlage Piredorf kennen Sie bereits. Es ist ein Projekt in netter Aussichtslage in Eichassach. Sieben Häuser mitgesamt über 40 Wohneinheiten sind es, welche die Größen von 37 bis 95 Quadratmeter abdecken. Aktuell möchten wir Ihnen im folgenden einen brandaktuellen Überblick über den Status der Wohnanlage Piredorf zeigen. Es bieten sich Erdgeschosswohnungen mit Gartenanteil oder Obergeschosswohnungen mit überdachter Terrasse an. Die Projektausführung erfolgt in moderner Niedrigenergie-Massivbauweise mit Mineralwohldämmung. Die Wohnanlage Piredorf geteilt perfekt, der Bau schreitet stetig fort und die Nachfrage ist groß. Schon 31 der 46 Wohneinheiten sind bereits fix vergeben. Zwei Häuser werden in diesem Jahr fertiggestellt und sind bis Weihnachten 2018 bzw. Februar 2019 bezugsfertig. Fünf weitere Häuser schließlich werden im Jahr 2019 zur Fertigstellung gebracht. Im Moment sind noch 15 Wohnungen frei. Deshalb empfehlen wir Ihnen, insbesondere wenn es um jenen Teil geht, der heuer noch bezugsfertig wird, nicht lange zu zögern und sich bei uns im Detail über dieses wundervolle Projekt in unserer zauberhaften Region zu informieren. Ein Beispiel der noch freien Wohnungen wäre hier die Wohnung Top 6 im Haus G. Mit einer Wohnfläche von knapp 70 Quadratmeter bietet diese Wohnung mit einem Vorraum, Abstellraum, Bad, einem Extra-WC, zwei Schlafzimmer und einer großen Wohnküche eine absolut ideale Raumaufteilung. Selbstverständlich bei diesem Projekt mit einem wunderschönen überdachten Balkon. Bei Interesse können Sie uns gerne im Büro besuchen bzw. auch jederzeit telefonisch oder per E-Mail kontaktieren. Und nun die Kurzimmobilien der aktuellen Woche. Unser Objekt 1. Wunderschöne 3-Zimmer-Neubauwohnungen, in Bestlage in Grübming. Zwischen 67 und 81 Quadratmeter Wohnfläche in einem Fünf-Parteien-Haus. Tolle Lage in Hofmanning mit Erdwärmeheizung. Der Kaufpreis auf Anfrage. Und unser Objekt 2. Ein traumhaftes Grundstück in schönster Lage in Öplan. 673 Quadratmeter groß, sehr sonnig und absolut ruhig. Bebauungsdichte 0,2 bis 0,6. Kein Bauzwang. Der Kaufpreis auf Anfrage. Und schließlich unser Objekt 3. Ein Wohn- oder Ferienhausneubau in Weng im Gesäuse. Im Beispiel mit 80 Quadratmeter Wohnfläche bzw. 690 Quadratmeter Grund. Schlüsselfertig. Alternative Hausgrößen und Typen bzw. andere Grundstücke auf Anfrage. Der Kaufpreis 235.000 Euro.